willkommen schön dass wir eingeschaltet habt auf meinem kanal der modellbauer heute möchte ich euch gerne ein modell aus dem hause der welt vorstellen und zwar den audi r8 spider und bevor wir zu diesem modell kommen möchte ich euch noch gern was zu der geschichte erzählen und zwar der audi r8 ist die erste modellgeneration des mittelmotorsport wagens r8 von audi der im september 2006 das erste mal vorgestellt wurde die namensgebung beruht auf den erfolgreichen leman renn prototyp audi r8 aus dem 24 stunden rennen um eine gewichtseinsparung zu bekommen für das fahrzeug hat man die karosserie komplett aus aluminium produziert es wurden von 2006 bis ende 2014 26.000 autos von dem produziert und es wurden bis dato 5626 stück neu zugelassen der nachfolger war von diesem modell der audi r8 4s und er erschien 2015 die karosserie versionen gab es in coupé und in cabriolet dann hat er zwei verschiedene oder mehrere verschiedene otto motoren gehabt den 4,2 und bis 5,2 liter für 309 bis 419 kw eine länge von 4 meter 43 eine breite von meter 90 eine höhe von meter 24 und einen radstand von mit zwei meter 65 das lehrgewicht von diesem fahrzeug waren 1635 kilo bis 1800 kilogramm das war ein kleiner einblick in die schichte von dem fahrzeug und jetzt würde ich sagen schauen wir uns einfach mal das modell an was revel da so auf die beine gestellt hat und jetzt hole ich euch mal ein bisschen näher ran und dabei wünsche ich euch jetzt viel spaß hier haben wir jetzt unseren audi r8 zweiter von revel in maßstab 1 zu 24 mit der produktnummer 070 94 das modell hat eine länge von 18,5 cm und hat 126 bauteile an der seite haben wir noch mal ein paar fotos von dem fertigen modell unter anderem kann man hier auch schön sehen die bauteile noch mal die einzelteile und auch gewisse farben die wir für das modell benötigen wenn jemand die komplette farbreihe haben möchte kann sich das gerne auf der revelseite herunterladen da gibt es die komplette bauanleitung an der seite haben wir unser modell normal ich habe für das modell 19,99 bezahlt hier hinten haben wir noch mal ein bisschen geschichte dazu was ich euch am anfang des videos schon erzählt habe und sonst haben wir ja nicht mehr viel spektakuläres auf der rückseite sind noch mal ein paar modelle die revel so verkauft unter anderem auch zubehör unter anderem haben wir hier die auflistung der skill level von 1 bis 5 und dieses modell hat ein skill level von 3 jetzt werden wir mal in die schachtel hinein schauen und zwar ist das typisch für revel ein schritt karton als erstes kommt hier uns die karosserie entgegen und hier haben wir dann die tüten mit den gieß essen dazu und was natürlich nicht fehlen darf ist unsere bauanleitung und eigentlich erst haben wir vergessen das mit chrom teile als erstes fangen wir hier mit der anleitung an hier haben wir noch ein bisschen geschichte zu dem modell hier ein paar hinweise hier haben wir dann die farbübersicht und hier die auflistung der gieß äste es werden uns insgesamt sieben gieß äste geschickt in dem und dann kommt noch eine karosserie natürlich dazu die räder haben wir dabei und wir haben hier gitter dabei für die lufteinlässe als ersten bauschritt haben wir hier den motor zusammenbaut der über fünf bauschritte funktioniert beim sechsten bauschritt bauen wir das ganze schon auf hier werden dann die radkästen und die radaufhängung montiert und was hier schön ist die lenkung von ist dann auch beweglich darzustellen hier bei schritt 18 wird dann die montage der reifen gemacht die dann bei schritt 22 schon auf unser modell angebracht werden bei schritt 28 werden wir dann uns um das thema interieur kümmern unter anderem geht es dann los mit die sitze die dann auf die interieurplatte drauf gesetzt werden da haben wir die lenkung beziehungsweise das lenkrad unsere mittelkonsole mittelkonsole sage ich schon armaturenbrett bei mittelkonsole ist ja schon hier schon fertig an unserem interieurplatte mit befestigt also dies wird dann nicht separat gemacht hier werden wir die scheinwerfer bauen bzw bemalen die in chrom kommen dieses dreieck heißt immer dass es chromteile sind ja dann geht es schon langsam los mit der montage mit den bauteilen an unsere karosserie hier haben wir dann die heckschürze die hier an die karosserie montiert montiert wird und dann kommt schon unsere interieur ins in die karosserie rein und dann wird die karosserie auf unsere komplette bodenplatte aufgebaut beziehungsweise aufs chassis hier haben wir die wahl weil das einfach chrom des teils entweder lassen wir das chrom oder wir lackieren es kann dann sich jeder modellbauer individuell aussuchen sollte man es entkommen wollen könnte man backofenspray nehmen bisschen einwirken lassen eine bürste dazu nehmen und dann ist das chrom auch runter man sollte es entkommen weil die farbe sonst nicht haftet hier geht es dann schon los mit der frontscheibe wo wir dann den außenrand in schwarz matt lackieren sollen dann kommt an unsere karosserie der heck spoiler und einige anderen kleine bausätze bauteile ja und nach bauschritt 58 ist das modell dann fertig beziehungsweise 59 weil wir da noch ein paar diegels anbringen müssen und jetzt schauen wir uns mal die gieß äste dazu an wo wir zu den gieß ästen kommen möchte ich euch natürlich nicht die diegels vorenthalten die ja auch wieder einer sehr guten qualität sind sie wurden gedruckt ja das ja steht jetzt gar nicht da manchmal steht nämlich das ja noch mit dazu hier in diesem fall nicht oder doch hier 2011 wurden sie gedruckt sie sind nicht sehr dick sehr gut gemacht auf jeden fall hier haben wir gitter in form von den diegels oder was man auch nehmen kann das wäre dann so ein gitter das muss man dann rausschneiden dafür gibt es eine schablone in der anleitung drauflegen rausschneiden und an das modell anbringen ich denke das ist mit diesen viel schöner ausschaut und jetzt kommen aber mal zu unseren spritzlingen als erstes fangen wir mit der karosserie an und da fällt uns schon auf dass wir hier eine form drenat haben genauso wie auf der gegenüberliegenden seite die muss man natürlich wegschleifen genauso wie hier vorn am kotflügel entlang auch beidseitig sonst habe ich jetzt an der karosserie nichts auffälliges gesehen bis auf wie gesagt die vier formdrennähte aber das wegzuschleifen das ist ja nicht das problem und sie liegt auch schön auf also sie ist in dem fall auch nicht verzogen im ersten gieß erst haben wir hier unsere motor teile auch hier sehr schön detailliert unter anderem bekommen hier haben wir hier die felgen von innen hier haben wir dann die radaufhängungen die bremsscheiben und hier haben wir dann bin ich mir nicht sicher aber ich glaube das ist dann die abdeckung die mit oben drauf kommt in dem motor raum und ja das war dies erst nummer eins im zweiten gieß erst haben wir hier schon unser chassis und hier steht auch darauf dass es 2011 von revel produziert wurde hier haben wir aber einer nein haben wir nicht jetzt wollte ich was was falsches sagen hier haben wir nämlich noch mal die nummer von dem modell ich wollte erst sagen das ist jetzt eine andere nummer nein ist es nicht und ja hier haben wir dann die auspuffanlage mit dabei auch hier die die lenker lenksäulen und ein hier haben wir dann die sollen jetzt die scheibenwischer darstellen schaut fast aus ja also einer ist auf jeden fall was das jetzt sein könnte kann ich jetzt so nicht sagen aber auch hier unterhalb von der bodenplatte schaut auch sehr schön aus da können wir ein bisschen mit wasch ein bisschen hervorheben die rin und ich werde die bodenplatte so lackieren dass da macht ein bisschen schwarz matt und ein paar tropfen silber mit rein dann hat man so leichten schimmernden effekt in diesem gieß erst haben wir jetzt unsere interieurplatte wie wir schon in der anleitung gesehen haben die mittelkonsole ist hier schon mit eingebaut dann haben wir hier die türverkleidung das kommt dann oben an die frontschutzscheibe mit ran da haben wir noch mal können wir hervorheben mit farbe zum beispiel paar punkte um halt das verdeck zu öffnen dann haben wir hier ein seitenspiegel oder nein das ist irgendwas anderes ich kann jetzt nicht sagen was es ist seitenspiegel kommt dann später auf jeden fall haben wir hier dann das lenkerrad auch sehr schön detailliert hier mit den hexpoiler den ich bei dem modell noch mit carbon die gedauert sehen werde ja hier haben wir dann die handbremse dazu in den spiegel die pedalen sehr schön verarbeitet auf jeden fall und was natürlich zum interieur nicht fehlen darf sind hier unsere sitze die zweiteilig sind also einmal den sitz an sich und dann haben wir das das rückenteil hier haben wir jetzt dann die außenspiegel die lufteinlässe das heckteil noch mit dazu was man hier in schwarz matt lackieren kann oder man kann es auch glänzend machen jeden selber überlassen und hier haben wir nämlich die heckschürze wo dieses teil dann hier angesetzt wird hier kommt dann die nummernschilder drauf dann fehlt natürlich noch zu unserem interieur das armaturenbrett das haben wir dann hier auch hier sehr schön detailliert kann man wieder sich richtig schön spielen als modellbauer wir haben hier die möglichkeit auch ein verdecktes also ein geschlossenes modell zu bauen oder hier halt das ist die motorklappe natürlich kann man es auch offen darstellen indem man das dach dann einfach weglässt hier haben wir dann die radkästen und bei das ist hier für das armaturenbrett dieses teil wird dann hier oben nur so drauf gesetzt dann bekommen wir natürlich noch ein paar klarsichtteile mit dazu hier haben wir unsere frontschutzscheibe dann haben wir hier zwei seitenscheiben warum zwei seitenscheiben beim spider ganz einfach sollte man das verdeck drauf machen so dass es halt geschlossen ist kann man die zwei scheiben noch dazu benutzen hier haben wir dann für den frontscheinwerfer die klarsichtteile und hier fürs heck und ja diverse kleine teile noch wo ich jetzt nicht wirklich weiß wo die jetzt hingehören natürlich bekommen wir auch diverse chromteile wie hier sehr schön das audi emblem dann haben wir hier die frontscheinwerfer dann haben wir hier die felgen für die spiegel hier haben wir diese die front wo ich am anfang des videos gesagt hatte dass wir das auch entkrummen können und dann in schwarz matt lackieren können je nachdem wie man die außenfarbe haben möchte hier so dass halt ein kontrast da ist auf jeden fall sehr schön gemacht und wenn man die teile raus trennt hat man an der seite immer diese abplatzer also zwar ist dann kein chrom kann man gern mit einem liquid strom liquid stift wieder nachbessern also die stift heißen liquid chrom gibt es in drei verschiedenen stärken und dafür sind die ganz gut geeignet dann bekommen wir natürlich noch vier reifen dazu in zwei verschiedenen stärken das hat den hinter einfachen grund die dicken reifen kommen dann hinten aufs modell für den antrieb weil der motor ist ja hinten drin also hatte heck antrieb und einen dünneren reifen für vorne das profil ist relativ gleich das ist eigentlich gleich nur dass da noch jeweils eine spur an und davon haben wir natürlich von je stärke zwei stück ich werde die reifen von dem modell revel nicht hernehmen ich werde diese felgen mit draufsetzen sind 20 zoll reifen und ich kann es euch anhand der felgen mal zeigen dass die nämlich auch größer sind weil wenn wir die vom modell jetzt hinten dran halten verschwinden die schon also dadurch will ich versuchen ein bisschen tiefer zu bekommen mal schauen ob es mir dadurch gelingt kleine vorstellung von dem audi 8 spider von revel mein fazit dazu sind sehr schöne gegossene teile kein flash war mit dran und lässt sich mit sicherheit auch sehr schön bauen ob es für einen anfänger geeignet ist möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen weil jeder für sich das entscheiden soll ich kann nur von mir sagen ich habe mit dem audi 8 angefangen und er war auch auf skill level 3 und ich habe es auch hinbekommen ich denke dass dann ein anderer der neu ins modellbau leben einsteigt sage ich mal auch das bauen kann die anleitung ist sehr übersichtlich ist es ist auf sehr vielen schritten erklärt wie der motor zum beispiel in fünf oder sogar in sechs schritten bis zum einbau wird alles haargenau erklärt und auch mit welcher farbe man was bemalen soll wenn euch das kleine unboxing gefallen hat lasst mir einen daumen nach oben da und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen tag schöne zeit bleibt mir gesund bis dahin tschüss euer Sven